Hallo und willkommen zurück. Grounded, unser Spiel. Und wir wollen jetzt mal eine, wieder mal, eine Wolfsspinne erlegen. Idealerweise ohne, dass wir Schaden nehmen. Denn ich möchte immer noch... Ja, sehr gut. Hast du fein gemacht. Oh. Denn die Immunität, also Giftimmunität, hätte ich auch schon ganz gerne. Da ist noch eine. Komm. Komm. So. Haben wir. Ja, wo sind wir hier eigentlich? Ganz genau. Moment. Wir sind hier hinten an der Hake. Das hier ist eine Hake. Und das hier ist sowas wie ein Stein, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das war ein Stein. Oh. Und diese Viecher hier lassen sich mit der Armbrust total schlecht zerlegen. Oh, ein Bamzensack. So. Hier, hier, Sack gesagt. So. Ey, du Säckel. Sind aber ganz schön viele von den Viechern, ey. Ja, die kommen manchmal aus den Binnensäcken. Ja, ich bin lässern. Ja. Aber es ist ja nicht so schlimm. So können wir wieder... Ja, Vorräte aufhören, das ist schon nicht schlecht. Ja, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Das ist hier ein bisschen dunkel ist, klar, weiß ich. Da hinten hatten wir aber die... Ähm... Wie heißen sie? Schleimspilzstängel. Genau. Schleimpilzstängel. Und die hätten das gut ausgeleuchtet. Dachte ich eigentlich, wir brauchen keine Fackel. Aber... Naja. Ja? Oh, 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 oh. Sofort wieder zurück. Hier ist die Gaswolke. Nein. Was? Ja, ich war schon oben. Ich war schon oben. Aber weißt du, dass du bist? Was denn? Wie kommen wir sonst nicht weiter aus? Das ist schlecht. Dann... Moment. So weit ist das eigentlich gar nicht. Vielleicht können wir durchrennen. Ja, hatte ich auch gehofft. Nehme noch diese Steine mit. Moment. Oh. Das ist nicht so gut. Oh. Ja, eigentlich hat man gar nicht vor, irgendwie was in der Richtung zu machen. Hat sich so ergeben und dadurch habe ich jetzt noch nichts getrunken. Was allerdings hoffentlich nicht so schlimm ist. Was denn? Okay, wunderbar. Oh. Kein Lüpscherrohn. So, Wasser, 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 Wasser. Und trockenes Gras. Ne, das wird nichts. Solange ich hier trockenes Gras finde, wird das wohl nichts mit Wasser. Trinksack mit? Doch, aber das hatte ich vorhin schon verbraucht. Da hinten sehe ich was da auch. Ist der da? Weißt du, da kann ich nur eins sagen. Nein. Ah, so erfrischend. Ja, ich habe auch was. Ich habe doch. Da ist noch was. Du kannst schon wieder auf den Sack, ne? Ja. Und nicht nur, dass ich bin hier irgendwo. Ach so. So. Na, was sieht da unten? Ne, hier so eine Spalte bin ich reingefallen. Ach, das ist ja unser Anfang. Na, auch nicht schlecht. Sehr schön. Also geht's hier raus. Ja, ganz gut. Nice. Irgendwann auch ganz schön klein, aber ansonsten nice. Ja, wäre super. Supi. Und hier lang. Ja, das ist blöd, wenn man nach oben guckt, dann sieht man natürlich nicht unten, dass man irgendwo reinfallen kann. So, das ist das Chaos Corona. Ich will es ja noch hauen, ich will ja nur das Wasser. Wo ist es? Komm raus. Moment. Boah, der Nebel stört ein bisschen. Bisschen dolle. Ist sie nämlich jetzt gerade gar nichts. Ach da. Er sollte vielleicht auch die Markierung achten. Pizze nämlich nicht mit. So. Okay. Wolfspinne, Wolfspinne. Der kommt zu Hause, haben wir welche. Ja. Ich würde sagen, die holen wir uns. Oder die uns. Na, es bleibt abzuwarten. Aber ich würde sagen, erst mal schlafen, essen, trinken. Es sei denn, wir treffen sie jetzt in nachts und du weißt ja, wenn sie auf dem Ast ist, ähm, ne, Wurzel, haben wir den Vorurteil, sie steckt fest und wir erschießen die einfach mal. So. Aber warte mal, bei den, wo wir sind, ah, schon zu weit weg. Wir hätten zum Ameisenhügel kurz gehen können. Du weißt ja, da liegt, steht auch ein Zelt. Hätten wir da fix geschlafen. Ne, wie geht es aber auch ums Essen? Gegessen habe ich. Ja, aber wenn du wieder wach geworden wärst. Ja, ist mir schon klar. Ne. Nur wir sind ja noch unterwegs. Wir sind ja noch nicht so weit. So, jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Und das nochmal was an, nämlich das gleich mit. Und nicht abhauen. Ihr geblieben. Öl. Na gut. So. Das ist doch mal noch unterwegs. Gibt es doch gar nicht. Auf der Ruhst du es keine Spinne? Keine Spinne da. Nicht auf der Wurzel. Na, das ist ja die, die da hinten am Rumstreifen ist, normalerweise. Die mich bei um die Ecke laufen, nachdem ich im Labor gewesen bin, mal erwischt hat. Komm, hoch da. jede Menge fliegen hier. Hä? Was ist das? Das sieht das seltsam aus. Ach! Ja. Unsere gebauten Wände sind das. Okay, ab zur Basis. Hobby. Ja, ich dachte da auch, boah, was ist das für ein Disco-Licht? Ja, ja, genau, genau. Wahnsinn. Yay. Cool Ralph-Party. Ja, es wird auch langsam nötig, ganz ehrlich. Also, die Corona-Geschichte macht mich fertig. Hier liegen noch Eichekappen rum. Jucht mich kein Stück, ich bin eh kein Party-Typ. Nicht? selber schuld. Party ist immer gut. Gelegentlich mal gerne an der Theke, in der Bar, aber sonst. Echt? Nee. Nee. Wann eben gehen die Leute sich zu auf den Sack. Schicke Musi, ordentliche Bässe, Astrain. Ja, das habe ich zu Hause auch. Ja, habe ich auch, aber mal woanders sein, ist auch nicht schlecht. Spaß haben mit anderen. So hauchenweise Idioten, die da rumhüpfen und dann hinterher Stress wollen. Ja, du darfst ja auch erst ab 0 Uhr reingehen. Vorher nicht. Ja, das sowieso. Ja, ansonsten hast du die ganzen Kids. Ich meine nicht die Kids, ich meine schon erwachsene Leute, die dann eine auf hart machen. Was? Ja, jedes Mal, die wollten immer einen starken Care vor ihren Tusten da machen. Und dann liegen sie hinterher auf dem Boden. Ja, kann auch passieren. Du bist, du bist denn diejenige, die den Ärger an den Bullen hat. Ja, Stress muss man auch nicht haben. Hm, ja. Brauchst du noch was zu essen? Ja, eigentlich ja, Bauding fertig. Warte, halt hier, halt, 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 kommen zurück, kommen zurück. Nicht verbrauchen, fein lassen. So, ich bewege mich jetzt mal nicht. Ah, ja, du hast es. sehr gut. Ich habe doch die, aufgehoben. Ach, warum reden wir so? Ach, so gehen lassen. ja, hab nichts mit der Tasche ist, alles klar. So geht er schneller. Ja, ich baue doch mal das Ding, ja, fällig. Warte. sexuelle, brauche ich noch. und ich mache mich mal leer. Nee, das belege ich jetzt nicht damit. Ah. Nee, ich wollte es doch gar nicht einladen, aber was meinen da? Ich brauche doch die groben Seile. Pflanzenfaser, keine da, aber, ja, Platz ist hier auch keiner mehr. So, kommt da alles rein. Das auch, das auch, das auch, ja, gut. Ja. Schön, wenn es hell ist. Ja. Und, schade. Da ist auch nichts. Uns fehlt mal wieder Pflanzenfaser. Das gibt es doch gar nicht. Nein. Immer dasselbe. Aber hier ist genug. So, damit der Herr nicht mehr rumholt. Er hat keine Falle mehr. Ja, ich habe da Dornen reingelegt beim letzten Mal und hätte ich das nicht getan, hätte ich mir vor Ort noch welche machen können. So, mindestens zehn Stück. So, ich habe jetzt 40 reingelegt. Sehr schön. 27. Ich sollte reichen. Wo nehme ich mir ein Stack gleich, würde ich sagen. Ich greife wenigstens. Ah. Also, weißt du, wenn eine Spinne, die ich erschießen will, keinen Schaden mehr nimmt, weil sie irgendwo feststeckt, dann kann ich nichts dafür. Na klar. Das hat mit Treffen dann nichts mehr zu tun. Natürlich. Hm. So. Wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich das gleich mit. Ja. Sehr schön. Er ist der Armin Laschet, der Grounder. Nicht doch. Ist aber auch, er glaubt ein gar nichts. Immer dasselbe. Und dann hinterher, weil sie zum Beispiel Gras, wo gar kein Gras ist. guck mal. Was denn? Der Vogel, deine Freundin. Oh, cool. Yeah. Bin voll dafür. sind auch noch so nimmt sie keinen schaden ja das ist schon nicht schlecht ja es nutzt nur leider nichts dann halt praktisch ja sehr gut los wer mit der mutation wenn man noch nicht also okay ja wir hatten ja auch lampen noch stehen genau ok ja außer spiel ist nichts gewesen schade ich will mir sowohl doch noch mehr machen es sieht also aus ja ok da liegen noch feine sind die möchte jetzt nicht unbedingt reinfallen da haben wir noch einen ich habe noch 16 lasst uns mal gucken wir müssten doch eigentlich schon zwei nächte rum haben dass die spideys da wieder in unserer falle sind das ist eine gute idee ja lasst uns das machen die ansicht ist schrecklich besser sieh jetzt los ich komme nicht hoch hallo hoch da also mit dem piek klappt das besser wie mit der willow ich glaube wir haben gerade mega back wieso da ist gerade verdammt 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 große spinne ich komme verdammt 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 groß ja ich habe sicher mal ein screenshot gemacht okay siehst du dir die da kann aus das sind zwei spinnen ja da war bei mir ist eine riesengroße wie meine jahren alter doch ich schicke nachher foto ja das brauche ich unbedingt und hör auf zu schießen das ist ja so groß ist glaube ich hier unsere falle hier noch ein bisschen verbessern hoffentlich gar nicht schlecht gibt es doch gar nicht die sich größer wie sonst als mit dem fein das funktioniert irgendwie nicht so richtig ist bitte was nicht lassen wir schnell zurücklaufen jetzt bitte auch rauskommt es ja mal toll wenn die da drinnen bleiben also nicht rauskommen können ganz normal ich habe das geschickt ja 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 alles klar marion screen völlig normal wieso mache ich eigentlich ein screen kann sogar angucken ok ich versuche mal da hinten in unser versteck zu kommen ja 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 die hat mich trotzdem erwischt ja ja richtig richtig ich komme rein gelaufen ja ja das bringt so nicht das ist doch blödsinn also nicht blödsinn blödsinn sondern ich kann sie nicht anschließen diese groß dieses xbox netzwerk macht mich fertig echt hier sind dinge möglich die sind nicht möglich und ja und andersrum so hoch hier kommt es ist jetzt sehe ich nur noch eine spinne jetzt ist die andere ganz klein die ist da richtig drin ja ich glaube die kommt da ist auch nicht mehr raus los trotzdem weil ich brauche mein russer geht denn hier anders ja die kommt nicht wieso schießt sie noch mal an so war jetzt gleich noch mal tot wir müssen jetzt verlegen das bringt doch nichts wo bist du ja hier hallo ich dass die spinne die mich haut ja also muss ich noch mal laufen diese kräuter ist misst kommst du ja ich kann nicht ich auch sie ist tot wer ich will ja die andere toll super schon bei hilft das nicht wenn ich hier um die g1 tot wieso hast du nicht auf die geschossen nein die ist in der schweiz gestorben du warst mich hatte killt super ja wie gesagt die keule ist kacke die block nicht so stark so jetzt habe ich das ganze zeug da oben und du stirbst auch gerade moment ich glaube das schaffe ich nicht mehr tut mir leid tut mir leid aber ich habe keinen hammer kein gar nichts dabei ich kann mir noch nicht mal eicheschalen holen ja die andere die liegen zu viele teile rum ich bin steckt auf jeden fall noch immer da oben fest deswegen kann ich die gleich tüten wenn ich so dann ist der tote es greift mich die blöde einmal sie auch noch an also echt ich komme nicht an mein rucksack der liegt unter der spinne das musste ja nicht an die ameise auslassen die ameise greift mich an ja ich bin ich einfach so an doch 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 jetzt ist er rausgekommen nein wo bist du ja hier hinten ich wollte keine töten aber nein du block sagt viel daraus ich habe gar nichts rausgelockt ich versuche feine zu kriegen ja aber die greift ich doch an wenn sie diesen powerschlag macht dann wachst du dich da wieder raus ja das mag ja sein aber ich habe auch was doch gesehen die ameise ist auch noch auf mich los ich habe keine lust also von der ameise von der ameise sterben habe ich keine lust also echt jetzt kriegst du dich doch nicht tot das ist eine ameise mir fehlen die worte leute mir fehlen die worte so da liegen ja jetzt zwei rucksäcke ja der eine ist sowieso nichts drin glaube ich ja ja jetzt glaube ich nicht nützlich kommt schon ich habe jetzt 30 ok ich musste abgeben ja ja ich brauche aber eine rüstung die auch in ordnung ist das wäre toll hat schon wieder alles noch einmal ja ja ich habe gar nicht die rüstung nach weil sie die marieke rüstung sehr schön was denn nichts alles gut alles gut ich bin gerade aus dem camp gekommen meine rüstung war hier drin was wo ist jetzt der fehler na 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 nacht hast du dich das richtig ernst und hast wieso darum das war die marieke war rüstung hallo 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 ich bin nicht gegen spinnen immun so wie du du kannst du ja das hat man gesehen tatsächlich ja er hat mich soviel blockt hätte ich die münzkeule wäre das schon besser ja ist aber nicht ja weil wir diese insekten hat den insekten haben wir noch nicht haben ja bitte eine bescheidene frage schreiber fragt warum ist unser tank kaputt den hatten wir beim rumkaspern vorhin zerstört nein doch nein der war heiler nein doch genau ich habe den besichert nicht kaputt gemacht denn mir ist mir aufgefallen du warst du hast getroffen ja 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 immer dasselbe immer diese komparsen die sich über herausreden wollen schlimm das macht er hier kaputt es echt schlecht also wirklich gutes personal zu kriegen ist echt schlimm voll schlimm jetzt muss ich erst mal das zeug hier ablegen bevor ich wieder vergesse weg weg keine zeit ich habe doch keine zeit das wird eine folge linie erschienen doch 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 was dann hätte ich auch noch ne brauche ich gerade nicht pflanzfasern genau ich wollte seine machen und noch ein spinnrad so kommt ja ein seil brauchen wir auch noch für den tag den kaputt gemacht hast julio ich hätte noch zwei da stelle erst mal ein spinnrad hin war noch auch hier ja da und zu ihren moment ist das so richtig rum ja ich würde sagen und das andere spinnrad stellen wir noch um und sie nach 10 und sie nach 10 10 nach 10 ja also 22 über 10 so ok gut jetzt hatten hier noch gefällt grobe seil zwei habe ich genau deswegen braucht sich grobes seil wichtig ganz war da wie noch 10 das heißt drei kann ich herstellen schade hier sind drei sind drei ja tatsächlich wir müssen aber doch ich noch ein paar mehr haben irgendwo in die kisten genauso wie du so am meisten brocken ach so ton haben wir zum brocken und grobe seil brauchen wir noch vier stück aber sie müssen hier sein das nehmen wir mal mit aber wir haben noch eine andere kiste da ist das auch drin ja ich habe doch ordentlich gefahren also ok gerade überhört das sieht doch gut aus hier den dann noch sei für das der gestellten und für den tank mal als brocken ich habe doch so ja passt es da auch habe ich alle am meisten brocken aufgebraucht das gibt es doch gar nicht moment hast du die tote ameis mitgenommen hast du dich eingepackt weil du bist doch mal der langfänger was schwupps wie alles in seiner tasche ja nicht war ja richtig nicht raus moment ton 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 ich brauche schade noch sprecher bitte ich bin so ein witz voll oh ja nur der komiker wir haben wir nicht mehr ok na gut haben wir ein paar fast fertige ok gut so ja ich würde sagen von der sache an sich nicht optimal gelaufen aber ganz gut gelaufen und dann sehen wir uns beim nächsten mal bis dann ciao tschüss 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 tschüss